Die Firma Steiger ist mit ihren Daten schon vor einiger Zeit erfolgreich in die AWS-Cloud migriert. Die Geschäfte laufen gut und Steiger wächst. Auch einige externe Firmen wurden zugekauft. Für die IT ist das allerdings eine Herausforderung. Neue IT-Umgebungen müssen integriert werden. Vor allem aber braucht es zusätzliche Kapazitäten. Und bei all dem dürfen natürlich die nötigen Security-Aspekte nicht fehlen. Und wie geht es den Daten damit? Nun ja, die wissen erst mal gar nicht, wo unten und oben ist. Zum Glück bietet AWS genau für diese Situation eine Vielzahl von Services an. Zudem sind diese flexibel skalierbar und individuell anpassbar. Um sich zwischen all den umfangreichen AWS-Lösungen zurechtzufinden, müsste Steiger allerdings viel Zeit investieren. Dabei sollte die Firma ihren Fokus besser darauf richten, was sie gut kann. Ihr Business voranbringen. Gibt es nicht einen Service-Partner, der den Durchblick hat? Allcloud verbindet tiefgehende Expertise mit viel Erfahrung bei der Implementierung und Anpassung von AWS-Services. Dabei geht es nicht nur um die intelligente Auswahl der richtigen Tools, sondern auch um die fortlaufende Justierung aller Einstellmöglichkeiten. AWS-Anwendungen werden so optimiert und gleichzeitig kostengesenkt. Und das bei Einhaltung der notwendigen Datensicherheit. Bei Steiger wurden die Mitarbeiter durch die Allcloud-Experten Schritt für Schritt mit den neuen Tools vertraut gemacht. Insgesamt führte dies zu Kosteneinsparungen von circa 40 Prozent. Das Gesparte konnte umgehend in andere Business-Bereiche reinvestiert werden. Und die Daten finden sich jetzt dank übersichtlicher Strukturen wieder wunderbar zurecht. Und wenn mal Fragen auftauchen, die Allcloud-Mitarbeiter sind rund um die Uhr erreichbar. Egal, um welches Problem es sich handelt.